Heute möchte ich mal so ein bisschen die Unterschiede beleuchten zwischen User Experience Design, Marketing und Marktforschung und warum so eine Persona in diesen drei Feldern tatsächlich sehr, sehr anders aussehen könnte und wie die genau auszusehen hat und was diese drei Bereiche eben gemeinsam haben oder eben auch nicht, das schauen wir uns heute einmal an. Hallo, ich bin Indra und wenn du mehr über User Experience und die Methoden rund um dieses Thema erfahren möchtest, dann abonniere den Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen. User Experience Design, Marktforschung und Marketing haben alle sehr artverwandte Tätigkeiten. Letztlich befassen sich diese verschiedenen Felder alle mit Endanwendern, sagen wir jetzt mal so grob, also mit Leuten, die Aufgaben haben, Dinge nutzen und dann auch evaluieren müssen, ob das irgendwie gut funktioniert. Vor allem beim Marketing geht es ja auch nochmal sehr stark darum, Interesse zu wecken und deswegen muss ich natürlich auch die Menschen verstehen. Deswegen manchmal auch manchmal, dass diese Dinge sehr stark ineinander fließen. Ich werde auch immer mal wieder gefragt, hey, ich bin im Marketing, kann ich zu User Experience Design wechseln? Ja, klar, kann man machen, weil man hat ein ähnliches Skillset, was man bedienen muss, vor allem, wenn man eben in dem User Experience Design Bereich eher diesen User Research Teil übernimmt. Und wie gesagt, letztlich haben alle irgendwie gemeinsam, dass wir Nutzer verstehen wollen und verstehen wollen, um diese mehr anzusprechen. Das Ziel, was ich aber dann mit diesen Daten erreichen möchte, ist bei jedem Feld tatsächlich etwas anders. Also beim Marketing ist es ja tatsächlich so, dass ich wirklich ein Produkt habe und dieses vermarkten möchte. Das heißt, ich will irgendwie gucken, wer ist denn da am Markt, wer ist meine Zielgruppe, wen kann ich ansprechen, der dann mein Produkt kaufen möchte. Ich bin jetzt kein Marketing-Experte, hinterlasst mir gerne einen Kommentar unten, wenn ihr das Ganze anders seht. Aber so habe ich tatsächlich Marketing verstanden. Das heißt, es hat einen Vorteil, wenn ich die Zielgruppe kenne, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade über Social Media Marketing machen möchte, geht es ja relativ einfach, dass ich sagen kann, ja, hier, ich habe die und die Demografie. Bitte zeigt der die und die Werbung, jetzt mal einfach gesagt. Bei Marktforschung ist es ja so, dass ich den Markt analysiere. Also wer ist denn da eigentlich da in diesen Unterteile und dann eben auch sagen kann, okay, dieser Anteil aus dem Markt, der hat die und die Bedürfnisse oder dass ich auch mit denen zum Beispiel Produkte teste, um zu gucken, wie kommen sie am Markt an. Ja, gerade bei Produkteinführungen ist das sehr, sehr spannend. Man denkt da häufig, also ich zumindest, viel so an dieses Käse und dann sitzt man am Labor und dann sitzen Leute hinter einer Scheibe und das ist für mich Marktforschung eigentlich Spaß. Es gehört natürlich noch sehr, sehr viel mehr dazu, aber ja, generell ist so die Idee, wir verstehen, wer da, was der Markt eigentlich ist und was der Markt denn so braucht oder wie Produkte, die ich auf den Markt bringe, eigentlich ankommen. Aber was will jetzt eigentlich User Experience in diesem ganzen Kram? Bei User Experience ist es ja so ähnlich wie bei Marktforschung. Ich gucke mir an, wer ist, was sind denn da eigentlich für Leute, was haben die für Aufgaben, was haben die für Bedürfnisse und was für Produkte kann ich für diese Ziele liefern? Das ist relativ ähnlich, deswegen können sich diese Methoden auch sehr gut ergänzen. Letztlich ist dann aber die Information, die ich aus dem Markt brauche, etwas anders. Also ich brauche weniger diese Demografiedaten, sondern ich brauche viel mehr, was sind denn tatsächlich Aufgaben, was sind Ziele, was braucht der Nutzer, welchen Mehrwert kann ich ihm bieten? Und das erfahre ich nicht unbedingt daraus, ob derjenige jetzt 20 oder 60 ist, sondern das muss ich verstehen, indem ich mir wirklich im Detail angucke, was die Umgebung des Nutzers ist, was hat er für Ressourcen und was sind eben seine Ziele. Und das sind Dinge, die ich eben herausfinden muss. Und um auf das eigentliche Thema Personas zurückzukommen, das ist eben auch das, was in so einer UX-Persona drinstehen sollte. Was hat diese Persona tatsächlich für Ziele, was hat sie für Aufgaben, was hat sie für Pain-Points, vielleicht auch so ein bisschen Charaktereigenschaften, ist derjenige vielleicht, ja, ein bisschen risikofreudiger und wählt deswegen einfach den einfachen Weg oder ist er sehr sicherheitsbewusst und schaut sich deshalb alles genau an, liest sich alles genau durch, muss vielleicht nochmal gesonderte Informationen geliefert bekommen, damit er auch ein sicheres Gefühl hat. Solche Informationen sind für die Gestaltung unheimlich wichtig, weil ich dann eben besser verstehen kann, wer ist denn eigentlich die Person auf der anderen Seite und wie kann ich diesen am besten abholen. Das ist beim Marketing, gerade diese emotionale Geschichte, auch durchaus relevant. Ja, also ist derjenige abenteuerlustig und wie gestalte ich dann vielleicht meine Grafiken, dass diese eine entsprechende Emotion rüberbringen. Das Ziel ist durchaus auch relevant, aber nicht so diese Details, was hat derjenige für eine genaue Aufgabe, weil diese Detailtiefe brauche ich im Regelfall beim Marketing gar nicht. Also ich will ja nur einen kleinen Ausblick geben, was denn mich da erwartet mit meinem Produkt, aber nicht wirklich in die haargenaue Kleinstebene gehen, weil auf so einem Level beschäftige ich mich ja gar nicht mit so einem Produkt, wenn es jetzt wirklich um diesen Kaufprozess geht. Und bei der Marktforschung geht es dann ja, wie gesagt, immer eher ähnlich wie bei Marketing auch um genau dieses Thema. Wie du siehst, ist meine Expertise vor allem ja die User Experience. Deswegen lasse ich mich gerne auf Diskussionen unten in den Kommentaren ein. Also hinterlass mir gerne einen Kommentar, wenn du auch in der Marktforschung oder im Marketing arbeitest und es vielleicht anders siehst, wenn du vielleicht Ergänzungen hast. Also ich freue mich da über eine offene Diskussion. Ansonsten, falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Abonnier doch den Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen und schau dir doch mal meine anderen Videos zu Personas an. Und dann nach oben. Vielen Dank.